Wie ist künftig zu befürchten, dass Russland nun große Waffenlieferungen aus Nordkorea bezieht und gegen die Ukraine einsetzt? Aktuell ist die Rede. Ich kann nur nehmen, was ich aus den Medien habe. Die Rede sei, dass nur von Munition und Panzerabwehrraketen gesprochen werde. Das ist beides für sich genommen unangenehm, aber nicht das Ende der Welt. Denn dass die Russen einen fundamentalen Mangel an Panzerabwehrraketen hätten, war mir bislang nicht bekannt. Das habe ich auch nicht so wahrgenommen, aber es kann natürlich sein, dass das dann ein bisschen schlimmer wird. Aber dass sie jetzt beispielsweise Panzer bekommen, dass sie Artilleriegeschütze bekommen, angeblich steht es noch nicht zur Debatte. Aber wir müssen natürlich so sehen, dass für Nordkorea eine Geschichte ist, sie werden jetzt, wenn das Ganze abgeschlossen wird, wird Kim Jong-un mit Zugeständnis nach Hause kommen und er wird liefern und dann wird er schauen, was es an neuen Sanktionen gibt. Die USA, glaube ich, haben schon angekündigt, sie würden neue Sanktionen erlassen, aber was will man noch sanktionieren? Was ist noch übrig, was nicht sanktioniert ist? Meine Erwartung wäre, dass Nordkorea anschaut, hat sich der Handel für uns rentiert? Haben wir genug Technologie, genug Waffen, genug was auch immer Nahrungsmittel bekommen, dass wir das weitermachen sollten? Und wie waren die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft? Haben die Chinesen uns richtig Probleme gemacht? Wenn die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt, dann wäre es durchaus im Rahmen des Möglichen, dass künftig auch mehr geliefert wird. Denn wenn die nordkoreanische Führung der Ansicht ist, dass sie 500 Panzer abgeben kann und Russland genug dafür bezahlt, warum sollte es nicht passieren, wenn es sich für Nordkorea rentiert?